shunyasana ist wörtlich die asana der lehre lehre mit zwei e geschrieben dieses asana wird in einem klassischen text beschrieben wie folgt bringe die fäuste auf den boden und dann gibt die linken zehen auf den linken ellbogen garotter der diesen text zitiert seiner enzyklopädie auf traditional asana sagt die beschreibung ist nicht ausreichend klar